Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Kingdom Hearts Birth by Sleep. Dann wollen wir mal weitermachen, ne? Also, ich hatte hier doch was, ähm, beim letzten Mal. Ich wollte, glaub ich, was gucken. Ähm, Mensch. Und, ja, ja, ist in Ordnung. Ich nehm erstmal die raus, die, ähm, schon fertig sind. Oder, ne, auch das. Da hier war doch was. Ähm. Ach ja. Ich hab ja noch gar keinen Magnäger. Jetzt weiß ich wieder was war. So, ähm. Ich nehm wieder ein Abhol. Da hab ich so viel. Ah, ich fahr doch gar nicht raus. Ach, Mensch. Ich vergesse immer wieder, dass ich damit rausgehe und das nicht wegmache. Ja, gar nicht. So. Hier krieg ich immer das Gleiche raus, meistens, hab ich das Gefühl. Ähm. Ähm. Ja, komm. Okay, Dickschäde. Gar nicht mal so schlecht. Würde ich das tatsächlich sogar gleich mal hier, äh, reinmachen. Und, weil wir das jetzt laufen können. Oh, die Musik ist ja auch echt laut, ne? Aber ich krieg die einfach nicht leiser. Äh, hier. Ich nehm mal gleich mal zwei, ne? Ich krieg die einfach nicht leiser. Es tut mir leid. So. So. Äh. Ich nehm mal das hier. Obwohl, da haben wir schon zwei. Drinnen. Nehmen wir das, ne? Ja. Können wir einmal hier, äh. Ja. Aufleveln. Aufleveln. Nice. Ja. 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 Das gefällt mir. Okay. 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 sagen ich würde doch mitnehmen ähm, okay, gut, oh, danke komm mal her wenn du auch noch da bist nehmen wir dich halt auch nochmal mit ähm, war das schon? alle? okay cool so warte ja gut ich mein, wenn schon mal drin ist äh, falscher Reiter hier wenn man schon mal hat nimm ich es halt mit rein schadet ja nicht hier 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 Das war's für heute. Da vorne! Guckeschön! Die triggern nicht immer, ne? Oder? Okay! Da nicht! Fahre mich auch mit klar! Ja! Ja! Fire! Thunder! Nice! Einmal das ganze Geld wieder einsammeln. Äh, ja, das können wir jetzt machen. Nice! Ja, dankeschön! Ähm... Sehr nett! Ne, Falscher Reiter! Nein! Das wollte ich doch auch noch! Hier! Nein! Hier! Dankeschön! So! Und was waren das nochmal? Ähm... Ich könnte Fesselschlag und... Ne, Kollisionsmagnet wollte ich nehmen, ne? Glaube ich. Wenn ich ihn zweimal habe. Ich habe jetzt gar nicht nach Fesselschlag geguckt. Das war sehr nachlässig von mir. Na gut, ich habe einen. Das muss erst mal reichen. Mhm. Okay. Das... Das sieht schon mal ganz gut aus. Werde ich gleich nochmal nachholen. Hauptsache, wir haben das erstmal, ne? Äh, warte. Das ist Reihe K. Und K besagt, wir nehmen... Äh... Abschlussmeisterkraft. Kraftkostall. Haben wir eh viel von. Ja! Ah, endlich! Äh... Warte. Danke. Ich muss dann gleich nochmal das, ähm... Hier, ähm... Aktualisieren. So, das ist was für Terra. Das auch. Das auch. Äh, ne, das ist für Ventus. Kollisionsmagnet haben wir. Das ist wieder für Terra. Ventus. Okay. Okay. So, das haben wir. Das ist Feurer. Und das ist wieder was für Terra. Aber Zeit... Müssten wir eigentlich haben, warte. Ich geh mal wieder in die Liste. Ah ne, Zeitlupe-Folge haben wir noch nicht. Wir haben Folge Explosion. Das heißt, wir brauchen... Gemach und oder Stopper. Auf... Aufgelevelt halt, ne? Hä? Wo haben wir das denn? Okay, Gemach habe ich schon. Ähm... Könnte ich mir dann nochmal holen und aufleveln? Warte, ähm... Ja, mit Folge, ne? Easy. Glaube ich. Nein! Doch! Ach, ich dachte schon. Ich hatte grad voll den Herzinfarkt. Okay. Ähm... Reihe A. Ja, Energiekristall, ne? Dankeschön. Sehr nett von dir. Sehr lieb. So, ey, ich mach das jetzt mal kurz. Ähm... Hier rein. Genau. Lebensspende ist neu. Dass ich das hier habe. Nicht, dass ich dir hier gucke und dann denke, ja, das brauche ich noch, das brauche ich noch. Weil dann kann ich, äh... viel lockerer durchgehen. Geselligkeit ist hier. Das brauche ich auch noch. So. Vitalität ist auch neu. Äh... Hier. Genau. Gucken wir mal kurz durch. Abschlussmeister, habe ich das schon weggemacht? Nein. So, Erhellung ist auch noch drin. Erhelle mich. Wo bist du? Oder auch nicht? Hab ich schon rausgenommen? Muss ich ja, sonst würde ich das noch sehen. Okay. Ist schon durchgestrichen. Luftkombo Plus. Haben wir hier. Und haben wir hier. Und da. Warte. So. Dickschädel habe ich auch schon. Haben wir die Reihe auch durch. Ja. Okay. Dann, dann habe ich wenigstens mal wieder einen groben Überblick. Über die Dings. Ähm. So. Das habe ich. Triple Folger könnte ich auch machen. So. Mit Schwertfallserie und Folger. Unter anderem. Äh. Hab ich das denn? Zur Auswahl. Ja. Ich werde die mal opfern. Und dann machen wir das gleich nochmal. Ja. Holen wir uns die. Ähm. Das ist Reihe D. Nehme ich mal Feuerfest mit Leuchten. Ja. Genau. Kann ich das nicht auch gleich ausstreichen. So. Dann hole ich mir gleich nochmal. Schwertfallserie war das glaube ich. Und gemacht. Gehen wir mal da rein. Bin ich pleite? Seit wann bin ich pleite? Wieso bin ich pleite? Warum? Ich habe doch die ganze Zeit gekämpft. Ist jetzt aber gemein. Warte. Was kann ich denn verkaufen? Also mich durch. Äh. Okay. Warte. Fünf. Komm. Fünf. Das reicht. Ein paar Aero könnte ich auch mal loswerden. Wir bringen ja aufgelevelt dann doch ein bisschen mehr. So. Darf ich mir jetzt Gemach kaufen? Nein, ich habe nicht gesehen, dass er pleite ist. Dankeschön. Ja. Die ganze Zeit nur einkaufen, ne? Und nicht darauf achten. Das sind mir die richtigen. So. Einmal das können wir mit rein nehmen. Obwohl ich das vielleicht erst mal hier, äh, hier, ne? Ach, hab ich schon drinne. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich das nicht mit reinnehmen, aber... Ja. Na komm. Machen wir das mal so. Ne? Die kleine Drehung hat er nichts mehr gemacht. Fire! Yaha! Fire! Thunder! Hi-hi-hi! Fire! Hi-hi-hi! 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 Okay. Hi-hi! 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 Nice! Naja, wenn ich nur noch 10 Trawler bekomme, das erklärt dann einiges. Warte, Gemach ist schon fertig. Ja gut, dann nehme ich die rein, ne? Warte, welches Level bin ich jetzt? Oh, okay. Nice. Das gefällt mir. Oh Gott. Oh Gott. Okay, jetzt kann ich halt so. End? Headset wieder richtig machen? Okay. Wenn keiner mehr spielen möchte. Aber ist das auch nur, ne? Fire! Thunder! Fire! Fire! Ja gut! Das war's. Das war's. Das war's. Das war mal her. Okay. Ja, das ist schon ganz gut aus. Das klingt. Das war mal her. Ah, okay. Die nehm ich natürlich auch noch mit. Ach, das ist auch noch her. Ja, ja! Ja! Fire! Gotcha! Fire! Ja! Ja! Gotcha! Ja! Ja! Fire! Gather! Fire! Thunder! Nice! Dann ist er noch, oder? Okay. Not on. Das war's! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Mas ich hab das! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Na komm her. Was machen wir das doch so? Okay. Ja, das reicht jetzt. So. Was wollte ich denn eigentlich machen? Gute Frage. Ich könnte ein Triple-Iscar machen, ne? Was? Oh, sorry. War das vielleicht so gut das, was ich machen wollte? Schön. Ich hab mir jetzt mal das wieder geholt, was ich verbraucht hab, ne? Warte. Bitte nicht gleich wieder pleite gehen. Nein! Zwei reichen. Warte. 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 Ja, eine bräuchte ich nochmal, ne? Für den Notfall. Fuss. Psst. So. Dann nehm ich das da weg. Warte. Psst. Ich mach das lieber so. Ah, okay. Na komm, was haben wir noch so? Nichts? Okay. Dann machen wir das so. Einmal wieder raus. Und der Kampf kann weggehen. Das ist so. Dann so. Ja! Wind! Warte mal. Dann eben so. Warte mal. Oh. Okay. Ich dachte schon. Ah ja, okay. Dann auf in den Kampf. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Fertig. Verte. Take that. Ich bin so gut, ich bin so gut, ich bin so gut. Aber zielen kann sie nicht richtig, ne? Ich wollte mal ausnahmsweise kein Ziel, was er getroffen hat. Würde ich mal sagen. Okay. Ist in Ordnung, ne? Na dann. Komm, mitnehmen. Na gut. Ist ein bisschen wenig, aber ist in Ordnung. Ja. Das wie gut ist. Jetzt bekommen wir getroffen. Spass! 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 Jaaa, müssen wir kriegen das nicht mehr. Jaaa, kommen wir her. Oh! Schön. Dann so. Du bist doch schon fertig. Jaaa, haben wir noch nicht aufgelevelt. Okay. Jaaa, jaaa! Wind! Ha! 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 Fire! Breathe! Ha! işinny Ha! Ha! Wie ist das Planet? Das war's für heute. Na dann. So sieht das Ganze schon besser aus. Warte. Kann ich ja auch schon hier machen. Warte. Mach ich ja immer so, ne? Bevor ich mich wieder verklicke. Äh, Schwerfallserie und Eisgar war das. Oh, Schwerfallserie. Nicht Schwerfall. Äh, hier. So, mit G. Ja, ich nehme nochmal ein Leucht. Das ist kalt. Dankeschön. Frostschutz rausgestrichen. Ne? Äh, was haben wir? Was haben wir denn noch? Ich mal gucken. Blitzka-Schuss. Okay. Schwertwurf und Blitzka. Müsste ich eigentlich hinbekommen? Eigentlich. Hier, Schwertwurf. Und ganz viel Blitzka. Äh, ist Reihe I. Äh, okay, dann nehme ich irgendwas. Immer wieder Kraftkristall. Hat das so lange nicht mehr. Ja, wieder der Kombo-Meister. So. Jetzt habe ich das habe ich. Warte, ich sollte mal wieder hier, äh, Liste, ne? Okay, ähm, Zielsucht-Mine. Ähm, Zielsucht-Mine. Minenfeld und Minentrapez. Müsste ich eigentlich hinkriegen? Schon. Ich habe da so viel von. Meine ich. So, welche Dings? Reihe B. Luna. Ich nehme Zykluskristall. Mit harter Schule. Kann ich jetzt auch rausstreichen. Wollen nur noch den Erfahrungsläufer, dann habe ich die Reihe auch durch mit dem Zykluskristall. So. Ähm, das war das. Das habe ich schon. Das ist ein ganz normal. Talermagnet. Wunschklinge und Magnera. Kriege ich das jetzt schon hin? Ohne, dass ich da... Warte. Wunschklinge und Magnera, genau. Nein, ich habe keinen Magnera mehr. Verdammt. Äh, ja, ich bin ja hier. Hilfst! 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 Hilf! Hilf! Nein, ich habe nicht kämpfen. Einkaufen. Ich meine, du kannst ihn mir auch erpressen und dann sagen, du möchtest es gerne haben, aber funktioniert, glaube ich, nicht bei ihm. So. Nehmen wir mal hier rein. Einmal das. Das. Miklitzker Schuss. Nehmen wir auch mit rein. Zinsuchmine. Magnera. Ja. Ero. Kannst du mal wieder was verkaufen wollen? Okay. Aber warte mal. Warte. Nein. Äh, hier. Okay. Dann gehen wir mal wieder raus. Ach du, erst mal die Kleine. Okay. Nicht so meins, aber... Na dann. Na dann. Na, er dauert noch ein bisschen, ne? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Hatte ich dir ja nicht... Nee, ich hatte nichts mehr, ne? Aber ich würde trotzdem gerne Ero rausnehmen. Ich kann ja trotzdem nochmal durchkucken. Oh, warte mal. Neu, ne? Okay, ja gut. Dann machen wir das so. Nein, wenn es schon mal aufgelettet ist, dann können wir es dann besser brauchen. Das ist ja auch was, ne? Ach, Mensch. Na gut, dann. Okay. Okay. Was hab ich da denn gerade gekocht? Mensch. Nee. Okay, schade. Ich dachte, da wäre auch noch sowas dabei. Das sind wahrscheinlich alles, was wir gefunden haben, Items, ne? Ja, hier, das haben wir sowieso, das weiß ich. Ah, ja. Ich weiß es immer noch nicht. Von etwas. Was? Ich hab keine Ahnung. Immer noch nicht. Ich kann sich nicht mehr. Okay, ich weiß nicht. ja 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 Was ist hier? Da ist ein... ... das passiert. Aber ist das hier? Das ist nicht Nein. Das ist nicht so. Nein. Das ist nicht so. Das ist nicht so. Bitte das Geld eintrommeln. Okay. Ah, das ist vorne. Ist doch nicht so. Wenden. Moment. Ach, immer mein Ohr. Immer mein Ohr. Okay. Müssen wir noch. Ein bisschen was ist noch offen. Das war genau das was ich machen wollte. Dankeschön. Ja, genau. In die Richtung. Dankeschön. Ähm. Ach da. Ja. 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 Dankeschön. Ja. So sieht das Ganze noch gut aus. Nehmen wir mal einmal rein. Okay. Dankeschön. Da. Mach ich wieder so. Nice. Ähm. Ähm. Gut. Das war der Talermagnet, ne. Mit Wunschklinge und Magnera. Guck ich das denn schon? Genau. Ja. Dankeschön. Mit der Reihe. K. Und die K-Reihe. Hab ich Blitzer Ableiter noch nicht? Egal. Ich hab davon ja einige. Machen wir das mal so, ne? So. Wo ist er denn? Ach hier. Talermagnet. Okay, warte. So. Was haben wir denn noch? Lebenspunkte-Magnet gibt's auch. Und D-Link-Magnet. Okay. Ach so. Es hat alles mit, ähm, Magnera zu tun. Dann nehm ich nochmal zwei Magnera, ne? Dann brauche ich noch Vita und Andi Grappa. Sehe ich gerade. Ah, okay. Warte. Zwei. So, warte. Mieter. Und Andi Grappa. So. Da. Nehm ich auch nochmal mit rein. Ja komm. Ist in Ordnung. Ja komm. Ist in Ordnung. Und weiter geht's. Was? Das war so. Ja. 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 Die Magnete sind nicht das, was ich dann immer verwenden werde, also ne. Auch wenn ich die jetzt mache. Aber ne. Absolut nicht meins. Also Talermagnet, Ake-Magnet und dann später D-Link. Ne, ich werd's zwar herstellen, aber... Äh... Kastra? Okay. 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 Ja. 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 Oh. Ah, ja, wir sind in die richtige Richtung. Ja. Ja. Ja! 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 Wind! Heel! Ja! Ja! Dankeschön! Doch, doch! Das kann ich jetzt mal reingehen für. Aber bevor ich die kombiniere, würde ich sagen, ich beende erstmal den Part. Ich könnte auch mal wieder speichern. Ist schon lange nicht mehr gemacht. Wind. So, genau. Aber hier. Ja. Nice. Okay, ich würde dann sagen, wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann! Bye! Bye! Bis dann! room! Yep. Used Companies! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020